Jo, ich gehe noch nicht ganz runter, aber ich werde auf jeden Fall anfangen früher zu bremsen, einfach weil ich Angst habe, es an den kurzen Bahnsteig zu verpassen, weil er sieht sehr kurz aus. Ich glaube, da passen wir gerade einmal so rein, mit unserem, ja doch, aber nicht allzu kurzen Zug. Jo, einmal schon ein bisschen langsamer werden hier. Nicht, dass die Bremsen auch immer mal versagen, das wäre fatal, meine Damen und Herren. Nein, durchaus, durchaus nicht, ich glaube, wir werden jetzt auch keine Bonuspunkte mehr bekommen für Pünktlichkeit, weil wir jetzt einfach zu spät sind. So, was haben wir hier? Bahnsteig, Achtung bei der Durchfahrt. Ich glaube, genau so kurz wird unsere auch sein, da sollte ich mich schon mal drauf einstellen. So, was war denn das hier? Friedrichsthal, ach, hier nicht Mitte, sondern Hauptbahnhof, okay. Beruhigend, dass wir da nicht halten. Eigentlich stand der Behalter an allen Stationen. Das Szenario belügt mich, das Szenario ist, finde ich nicht in Ordnung, finde ich nicht korrekt. Das hat auch gemeint, es ist ein bisschen mehr Spannung drin und Innovation und Action und so, aber das mit den Geschwindigkeitsdingern finde ich jetzt halt ein bisschen schäbig, aber das ist halt ein bisschen ein gemütiger Bummelzug, ne. Die, die schneller durch die Gegend fahren, weil die fahren ECE und dann gibt es natürlich auch noch Regional Express zwischen Mannheim und Karlsruhe von dem her, so. So, ich glaube, ich sollte schon ein bisschen, ich sollte schon mal weiter unten sein von der Geschwindigkeit, weil dieser Bahnsteig sehr kurz ist. Bitte beachten Sie, möglicherweise ist der Ausstieg nicht an allen Türen möglich. Ausstieg befindet sich schon mal in Fahrtrichtung rechts, so. Damit Sie schon mal Bescheid wissen, meine Damen und Herren, so, jetzt machen wir ein bisschen. Langsames Einrollen in den Bahnsteiger, das reicht doch nie im Leben. Bitte beachten Sie, der Ausstieg ist nur in den ersten beiden Türen möglich. Also, nicht ganz so krass ist es jetzt nicht, aber es gibt ja wirklich hier bei uns Stationen, wo der Ausstieg nur in den ersten beiden Türen möglich ist. Gut, ich hätte es ein bisschen sozialer parken können, aber gepasst hätte das nie im Leben. So, sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie zum Ausstieg, bitte in die vorderen Fahrzeuge, ja, umsteigen, durchlaufen. Ich hoffe, da kann man durchlaufen, sieht aber danach aus. Das ist beruhigend. Weil bei unseren S-Bahn, wenn sie in Doppeltraktion fahren, da kannst du teilweise nur, musst ins vordere Fahrzeug umsteigen, um ein paar Stationen aussteigen zu können. Deswegen wollte ich das hier nochmal angemerkt haben. So, haben wir trotzdem mal alle, ich hoffe mal schon, so. Oh, Pünktlichkeit, Minuspunkte. Ja, aber ich bin auch noch pünktlich, laut Plan, also laut Deutsche Bahn bin ich noch pünktlich. Nur weil ich so blöd bin, mit dem Dingensystem umzugehen. Finde ich jetzt schon diskriminierend, finde ich nicht korrekt. So, hätte man nochmal für die Hinteren da halten können, aber das ist nie. Boah, wären es echt drei Minuten auf der Uhr. Ach, Mannu. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt ein bisschen über die 108 hinaus. So, wie viele Kilometer sind es noch? Zwischen zwei und drei. Das heißt, ich glaube, dass der Frau folgende Signal wird uns die 60 ankündigen. Und dann wird eben die 60 sein. So, das nächste noch nicht. Das ist noch hier 350 Meter. Und selbst wenn, dann bekommt man es noch einigermaßen. Achso, steht sogar dran. Ist ja super. Was habe ich überhaupt so ein LCP-System, wenn da selbst auf so einem Schildchen 60 steht? Das macht voll Sinn. Naja. Ich habe es gedacht, das bereitet mich jetzt auf unvorhergesehene Geschwindigkeitswechsel vor. Aber klappt dann doch besser als erwartet. Naja. Was willst du machen? Ist dann doch für alle Depp nämlich auch abgesegnet. Kann es auf alles machen. Wobei, ich glaube sogar, dass das Signal schon die 60 beinhaltet. Könnte ich mir vorstellen. Das Signal könnte schon die 60 haben. Nicht erst das Schild dort hinter, sondern schon das Signal. Also, was haben wir jetzt hier? Ah, genau. Das Ankündigungssignal heißt schon, das Signal wird die 60 tragen. Ganz genau. So. Langsam Fahrt auf 60 erwarten. Das bekommen wir hin. Natürlich ist es, was wir noch bei 100 sind ungefähr. Ich bremse es mal ein bisschen später, um vielleicht ein bisschen Zeit rauszuholen. Ich meine, jetzt bin ich der Meinung... Ja, Kollege, ich habe es schon kapiert. Oh. Ich habe es schon kapiert, dass ich da vorne bremsen muss. Ich bin jetzt der Meinung, den Zug schon ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Also, ein bisschen. Wirklich nur so ein bisschen. Wahrscheinlich geht es dann dadurch fatal schief, da ich der Meinung bin, den Zug unter Kontrolle zu haben. Ja, genau. Ja. Gleich haben wir dann die 60. Da vorne stehen sie wahrscheinlich nochmal schön dran. Ja. Ja. Und das nächste Signal wird auch langsam Fahrt erwarten sein, wie es aussieht. Gut, das sollten wir uns irgendwie merken. Wahrscheinlich wechseln wir jetzt hier ein bisschen Gleise oder sowas. Ähm, jub. Aber die 60. Ah, LCB vorbei. So, schön. Wunderbar. Dann halt nicht mehr. Dann halt nicht mehr. Nee, ich habe es auch nicht nötig. Das ist auch okay. Mein war ja auch nur sehr kurz irgendwie. Wir sollten, glaube ich, mal ECE fahren. Dann klappt das mit dem... Ja, man kann mir die LCB wunderschön einstellen und dann läuft das alles. Das ist super. Ich habe auch einen Hebel für. Das ist der Burner. So. Nächster Halt. Blankenloch. Bahnsteig 3. So. Ausstieg. Sagen wir gleich an. Planmäßige Ankunft. 21.40 Uhr. Die wird sich... Äh, voraussicht. Die haben etwa drei Minuten verzögert. Wir bitten natürlich, dies zu entschuldigen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. So. Boah, voll kompetent, gell? Das ist ja der Burner einfach nur. Ich bin auch voll stolz auf mir. Die Frage ist, wie weit es da noch ist bis zu den nächsten Stationen. Das weiß ich aktuell noch nicht. Ich habe auch ganz kurz auf die Uhr geschildert, damit ich auch weiß, wie viel Uhr es ist. In Real Life ist das ganz gut zu wissen. Warum haben wir euch nicht hier gehalten? Müssen wir uns irgendwas vorbeilassen oder so? Weil es ist ein Set, was die die 60 fahren müssen. Das wäre ein bisschen sinnlos geworden. Aber egal. Wer bin ich, der das zu beurteilen mag? Wir bleiben uns einfach mal hier stehen. Lassen Fahrgästeine und aussteigen. Ja, wobei 43 sauber betrieben ist. Zwei Minuten Verspätung jetzt am ehesten noch. Aber was auch immer du es hier mit deiner Berechnung falsch machst, Kollege? Die Minute, die lasse ich mir jetzt aber hier nicht noch auf die Uhr schneiden. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So. Hier sind wir aus. 42. Wo haben wir es hier? Oh, das ist ein LKW. Ach, süß. Knuffig. Oh. Straßenverkehr mit Lichtern. Das ist toll. So, hier haben wir auch ein DB-Ding. Haben wir hier auch. Okay, ja, ja. Oh, mein Zug. Äh, äh, äh. Wie komme ich da rüber? Hilfe. Äh, 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 äh. Ich bin einfach mal drüber gelaufen. So, zack, die Du einmal rein hier. Oh, ich habe ja schön leer heute. Ja, super. Ja, ich bin ein bisschen zu spät. Es tut mir leid. Ich kann nur teilweise was dafür. Für die Güterzug kann ich nichts. Für die bisschen Verspätung schuhen. Aber ganz einfach meine Kappe nehme ich nicht. Wobei eigentlich schon, weil es der eigentlich angepasste Fahrplan war. Ach, Mist. Keine Ausrede verfügbar. Zurzeit ist keine freie Ausrede. Oh, das LZB-Bereich. Ich bin jetzt echt kurz aus dem LZB-Bereich raus. Und dann gleich wieder. Ja, super. Nur weil ich jetzt aufs rechte Gleis gewechselt bin. Ja, es ist schön. Wäre ich einfach in der Mitte geblieben. Aber, ne, ist da in Ordnung. 100 Meter, dann dürfte eigentlich das vorbei sein. Dann dürfen wir wieder auf 200 hoch. Oder, oder, oder? Oder, oder? Darf ich schneller fahren? Darf ich schneller fahren? Okay. Er hat ja mich jetzt gerade wirklich selbstständig ein bisschen abgebremst. Auch schon freigeschaltet. Meinheim, du Karlsruhe, Driver Part 3. Ach, süß. Äh, schön natürlich auch beruhigen, dass das so ist. Aber, hey, steuert er mich jetzt wirklich? Ist das jetzt ein Automatik-Ding oder was? Weil ich hab jetzt hier ja nicht, wo ich ihn ja auf LZB-Steuerung stellen könnte. Das ist ja nur die PZB. Die macht da ja nix wirklich dabei. Weil, also, ich kann sein, dass ich jetzt die ganze Zeit schwach bin über LZB, PZB und so ein Mist erzähle. Aber, so ein bisschen, weiß ich da jetzt Bescheid. Okay? Das ist anscheinend wirklich der Zug, der jetzt uns jetzt hier ein bisschen leitet. Das heißt, ich hätte gar nicht selbstständig auf die 60er bremsen müssen. Vielleicht. Ich wollte es aber auch nicht wirklich ausprobieren, sag ich mal so. Ja, aber man kann es halt nix machen. So, wir haben jetzt nicht mal mehr eine Streckenangabe. Es ist entscheidend auch bis ins Unendliche, wo wir hier fahren können. Das heißt, wir haben wirklich eine Beschränkung auf 110. Aber das fände ich echt schäbig. Warum es 110 fahren können? Naja, gut, ist ja egal. Ich hab bald langen dürfte der LZB-Bereich eh nicht mehr gehen. Wir nähern uns nämlich langsam Karlsruhe. Nächster Halt Karlsruhe-Haxfeld. Ja, ganz genau. Bahnsteig 1. Planmäßige Ankunft. 21 Uhr und ungefähr 45 Minuten. Wir werden ungefähr 3 Minuten mit 3 Minuten Verspätung einfahren. Ja, wir bitten dies zu entschuldigen. Wisst ihr Bescheid? So, Ausstieg kommt da noch. Und so weiter und so fort. Hier, es geht aber weiter runter. Da vorne 840. Gut, das ist super, dass auch keine Meteranzahl da oben steht. Aber ich verstehe dieses System einfach nicht. Aber ich glaub wirklich, dass mich die LZB jetzt hier auf 110 limitiert. Davor war das nicht so. Vielleicht kommen wir nochmal in den Geschmack eines Nicht-LZB-Bereichs. Und dann können wir selber vielleicht mal ausprobieren. Also im Bahnhof abbremsen wird er mich nicht. Das muss ich dann schon noch selber tun. Das tut dann selbst die ICE-LZB nicht und so. Ja. Und AFB und so weiter. Ah, stimmt. Ich hab bevor die AFB angeschaltet. Aus Versehen. Stimmt, ich hab die AFB... Ah, gut, okay. Okay, Automatischfahrt und Bremssteuerung. Ich hab die auch ein bisschen angeschaltet. Und dadurch, dass wir zum LZB-Bereich sind, fährt der dann halt auch selber. Gut. Macht zwar hier nicht so viel Sinn, weil wenn ich so oft Geschwindigkeiten hoch- und runterwechseln müssen, dass ich da jetzt irgendwie Hilfe bräuchte. Aber was willst du machen? So, Ausstieg. Manchack 1 befindet sich in Karlsruher Haxfeld. In Fahrtrichtung rechts. Ja. Ja, haben wir, wirst du auch Bescheid. Ich glaub, das ist der letzte Halt. Das ist auch vom Hauptbahnhof. Oh. Ja. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden, sieht aber gut aus. Gut, so schlecht sind die Bremsen jetzt auch nicht. Und ich mein, arg viel stärker Bremsen wird, glaub ich, nicht allzu viel Sinn machen. Sonst hätte man immer Leute matschitten im Zug. Das muss nicht sein. So. Einmal Steambleiben, einmal die Türchen auf, meine Damen und Herren. So. Einmal aussteigen, einsteigen. Ja, Karlsruher Hauptbahnhof. Da sind wir dann. Wo sind wir hier? Wir haben sogar noch ein bisschen Strecke. So. Wunderbärchen. Ich glaub, irgendwo hört da auch der LZB-Bereich auf. So bei Einfahrt dann. Welchen Bahnsteig haben wir denn? Bahnsteig 2. Okay, so viel Gleiswechsel haben wir da gar nicht. Kann natürlich schön und schade gleichzeitig sein, aber, naja. Ist schon mal nicht so, ganz so schlecht. So. Hier haben wir alle drin. Jupp. Gleich jetzt. Wunderbar. Oh, minus 80. Ja, ja, gut. Machst du halt nix. Schade, schade, schade. Fünf Kilometer sind's noch. Und ungefähr, naja. Ein paar Minütchen. Wisst ihr Bescheid, weil gegen Ende. Ist dann wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Wegen Gleiswechsel und Einfahrt auf Hauptbahnhof und so. Die wollen immer nicht ganz so schnell. Sind dann nicht ganz so hektisch, ne? So, 140 davon. Die können wir auch noch Immige backen. Also nicht ganz insofern, dass wir die irgendwie schaffen in irgendeiner Form. Weil das ist unmöglich. Und backen im Sinne von, danach sind sie noch so knusprig. Ich glaube, das ist nicht so optimal. Aber irgendwie bekommen wir das schon hin. Ja, oh, davon sind 60. Ich würde jetzt gerne mal ausprobieren, ob das die LZB hinbekommt. Aber, hm. Ich kann's nochmal ausreizen, oder? Bis zu einem bestimmten Punkt. So, wie viel sind das noch? Das sind, äh, an die vier. Also der hier wird's noch nicht sein. Denk ich mal. Ich will's aber auch nicht so allzu stark ausreizen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich hab die AFB eingeschaltet. Das müsste funktionieren. Ich will's trotzdem nicht ausprobieren. Und eigentlich will ich's doch ausprobieren. Ich will's schon ausprobieren. Doch, ich will's ausprobieren. Ich fahr mal ein bisschen langsamer. Also ich geb mal nicht so viel Gas. Und schau mal, ob der Zug irgendwann mal automatisch anfängt zu bremsen. Und wenn er das nicht tut, dann bremse ich einfach selber schnell. Auf einmal. So. Ich hab das Signal da vorne. Dürfte es sein 2,7. Ja, kommt ungefähr hin. Sieht zwar ein bisschen weniger aus als wie 2,7. Aber, noja. Mit Biegen und Breschen ungefähr. Wenn wir nicht davor kurz den LZB-Bereich, also kurz davor den LZB-Bereich verlassen, dann ist das natürlich ein bisschen schäbig. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir irgendwo ein Schild sehen, das den LZB-Bereich verlassen. Dann gibt's bestimmt eins. Aber ich kenn das, denk ich mal, nur nicht. Komm, ein bisschen aufgeschwindet. Komm, jetzt trotzdem hier. Die 10 kmh lass ich mir jetzt nicht nehmen. Ich nicht noch fahren darf hier. Und dass du mich ausbremst, Zug. Ja, das find ich nämlich voll gemein. Das will ich dir jetzt auch mal ins Gesicht gesagt haben. So, 1,7 Kilometer. Ich mach da mal hier runter. Und schauen wir mal, ob der Zug irgendwann mal anfängt zu bremsen. Und wenn nicht, dann mach ich einfach hier eine Vollbremsung rein. So, gleich trifft man ins Vorsignal kommen. Genau, 3, 2, da haben wir von 1. Und, ach so, das ist sogar sowas hier. Das ist gar kein... Ach, das ist sogar... Ach, warte mal, stand es nicht auf dem Arsch. Ah, es ist doch auf dem Signal drauf. Gut, beruhigend. Ähm, was ich jetzt nicht so beruhigend finde, ist, dass der Zug nicht bremst. Bremst du automatisch, Zug? Zug. Zug, ich bleib mir hier auf Beschleunigung. Nee. Der Zug bremst... Doch, er bremst... Oh, er bremst. Wunderbar. Ist ja der Burner. Gut, ich wollte es jetzt nicht unbedingt ausreizen, aber... Ist ja gut, wenn es funktioniert, ne? Und ich hoffe auch mal, dass es funktioniert. Weil es sieht sehr knapp aus. Es sieht sehr knapp aus, Kollege. Kollege Zug. Ja, Idiot aber auch. Hier ist LCB-Bereich vorbei. Super. Weißt du, da hast du die AFB drin und die ist so blöd, dir auf ein Signal zu bremsen, weil du schon seit so und so vielen Kilometern kennst. Ja, du bist ja mein Spezialist hier. Äh, egal. Naja, was willst du machen? Na, machst du halt nix. So, nächster halt Karlsruher Hauptbahnhof, Bahnsteig 2. Ja, planmäßige Ankunft wäre 21.49 Uhr gewesen. Wir erreichen Karlsruher Hauptbahnhof vermutlich mit einer Verspätung von ungefähr zwei Minuten. Also, wir bitten dich zu entschuldigen und bergen uns trotzdem, dass sie hier mit der Deutschen Bahn gefahren sind und so weiter und so fort. Und der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung, warte mal, rechts. Genau, wenn wir jetzt nicht, genau, wenn wir noch das Geist gewechselt hätten, Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Und diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So, muss auch mal gesagt werden. Wo haltet man da am besten mal irgendwo so? Am besten unter der Halle. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hier am besten in der Halle. Da ist es schön warm und schnuckelisch. Da regnet es auch nicht. Können wir den Scheinmischer ausschalten. Wunderbar. So, letzter Teil vom Zug vielleicht auch nochmal mit rein. Äh, ja. Gut, der Train Simulator ist ein Spiel, bei dem es in Gebäuden regnet. Ist ja super. Also, und ich war schon mal hier am Hauptbahnhof, da regnet es nisch. Also, eigentlich nicht. Aber, naja, gut, das ist halt nochmal einfach so. Einmal hier die Tür schon auf. Dann bin ich ja mal gespannt, weil der hat uns ja mal während der Fahrt irgendwann mal angemeckert, dass wir anscheinend irgendwas nicht gemacht hätten. Oh, 420. Wie eine Bär 420. Eigentlich hätten es 425 sein müssen. Tut mir leid. Jo, Karlsruher Hauptbahnhof. Jo, sieht aber gar nicht mal so schlecht getroffen aus. Willkommene Messe und Kongress Stadt Karlsruher. Ach, süß. So. Doch, der ist eigentlich auch von der Kuppel her nicht ganz gut getroffen. Wir müssen mal schauen von außen. Wo haben wir denn das Gebäude? Hier. Ja, gut, da vorne wird es dann... Trotz der Verspätung haben wir alle Aufträge gemeistert. Sehen wir uns einmal die Auswertung an. Ja, gut, der Vorplatz ist jetzt halt... Ja, ja, ja. Ich, 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 ich in Ordnung. Ich in Ordnung. So, äh, wie viel haben wir denn jetzt Punkte? 328. Haben wir doch noch ein bisschen abgezogen bekommen am Ende. Ja, du bist ja immer mal ein Asslack, ey. 160, oh, ey, so 160 Sekunden zu spät, das ist ja... Ja, gut, okay, die Geschwindigkeitsüberschreitung war natürlich nicht so optimal. Ich hab ein bisschen zu sehr auf das System vertraut, aber... Gut, dann halt nicht, so. Auswertung, aber wir haben im Prinzip alles gemacht, das ist supi. Heißt, ich bedanke mich immer fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ob jetzt heute ein bisschen länger geworden ist, dass wir die Aufnahmen jetzt auch ein bisschen... Ein bisschen mehr folgen. Und wir haben jetzt irgendwie Driver Part 3 anlockt. Fragt mich nicht wie. Egal. Also, mach es gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und jo. Bis dann, tschüss!